Woche 6 zieht am Start und wir suchen natürlich das neue Buchstabe von Fortnite. Das ist zwar die Buchstaben I. Das I ist einmal in Francie Farm, hier vorne in der Scheune oben drin. Da fliegen wir einmal hin und holen uns den Buchstaben I. Das I ist einmal, wenn ihr reinkommt hier vom Haupteingang hier, kommt ihr einmal hier rechts nach oben hier. Und geht dann einmal hier nach oben die Treppe, rechts hier hoch. Und dann nicht hier hoch gehen, sondern hier vorbeilaufen und genau hier ist das I, was ihr suchen müsst, Leute. Hier ist das I und da müsst ihr einfach das I aufnammeln und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wo das I ist von den Buchstaben. Und hier ist eine schöne Kiste, sehe ich gerade und die ihr einfach mal aufmachen hier. Und ich hoffe, ihr könnt euch helfen, lasst euch gerne einen kostenlosen Abo da. Ich würde sagen, dass ihr haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer ProKleiterTV. Peace out. Pacat. 15. 16. 7. Vielen Dank.